Francesco Dennis, kommt doch mal in die Maneche. Jungs, schön, dass ihr da seid. Ich habe für euch Arbeit. Arbeit? Ja. Nein. Ach, Moment mal. Wir gehen noch ins Restaurant. Nein. Alles ist gratis. Ok. So, hast du Courage? Hast du keine Hand? Keine Hand. Bist du selbst oder fester? Selbst. Wo hast du dir wehgetan am Abend? Nein. An die Hand? Nein. An die Finger? Nein. Wo denn? Meine Fuß. Ja. Ja. Frau Jungs, ein bisschen Konzentration. Jetzt. Dennis, musst du diesen Trichter festhalten? Ja. Über den Kopf? Ja. Dann geh ich auf die andere Seite der Maneche, zähle bis drei. Nein. Dann kommt die Magie. Die Magie. Kommt die Magie. Guck mal. Magie. Nein. So, wie gesagt. Ich geh auf die andere Seite. Und zähle bis drei. Eins ... Drei. Und ... Und Backlight. Zähle bis drei. Super zu Ende! Nein, 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 nein. Move ... Overall ... So, Jungs, das war doch nur ein bisschen Spaß. Keine Angst, wir machen das noch einmal. Ja, nein, wir machen das mit jemand anderem. Wir müssen uns nur überlegen, nicht wem. So, tschüss. Bis später, Jan. Ausgang. Jan! Was? Jan! Hallo, ich bin der Rico, mein Freund. Hallo. Du kommst genau richtig. Ja, das ist ganz nett, aber ich habe keine Zeit. Einen wichtigen Termin, bis später. Ja, Moment mal, schau mal. Fünf Minuten, den ist doch ein schönen Abend. Hallo. So, dann, ich bleibe fünf Minuten. Was soll ich machen? Hier, wir sind Trichterfesthalter. Ja, schön. Und dann? Und dann kommt die Wasser. Ja! Ja! So, ich gehe noch zurück. Was ist mit dem Wasser? Ah, jetzt kommt der Regen. Aha. So. Über den Kopf festhalten. Ah, okay. Hier. Genau, so. Dann gehe ich, glaube ich, an alle Seiten mal hin. Zehn bis drei. Und dann? Und dann kommt die Magie. Also, bitte schon. Hier. Eins. Zwei. AHHHH!!!! breathing verz assists Was hast du damit deine Hand? Ich so, dreck wie. Was ist hier los? Er hat eine schwache Blase. Achso. Wir machen ihn jetzt schon wieder. Gute! Genau, das könnte ich jetzt los. Zauber gemacht werden. Ja, aber ich brauche ein bisschen Konzentration. Bitte weg. So viel geht es hier. Wir könnten Lärm machen, aber leise. Genau. Ich muss mich konzentrieren. Also, du hast gesagt, wir bleiben und bis drei. Genau. Binde geht. Eins, zwei, und... Das ist hier jetzt schon wieder los. Wir müssen noch mal so schnell werden. Oh, Gott. Das muss das Hört sein. Ich hab's auch nicht gefangen. Es hält nicht. Brauchst du mir jetzt eine kleinen... Dann hat anders gesagt, man kann geschoben. Alles wunderbar. So, wir bleiben ohne zu bewegen. Und dann werden wir drehen. So, aufmachen. Jetzt haben wir die Lärm aufgelmaybe. Ich werde die Lärmacher abnehmen und mit mehr Anstrengungen. Ja, natürlich. Komm! So! Mit der Falte. Und jetzt, nachdem wir hier! Schneller, von der Hohelreise! So! 1, 2, 3, 4! So! Jetzt Achtung! Schnell! Und Marsch! 1, 2, 1, 2, 6, 6, 6, 6, 7! Ich habe keine Zeit mehr, nicht los geht, Dankeschön. Ich lasse dich ein ins Restaurant. Aber was für ein Restaurant? Aber nur mit Tiramisu. Das ist das Beste. Musik hat sich ja nach hinten verlagert. Hier, jetzt kommt rechts die Magie. Aufpassen! 1, 2, 3! Was ist das? Die Dusche. Die Dusche jetzt. Ich habe genug. Du, pass auf. 5! Fünf! Pass auf deine Finger. 1, 2, ich gehe. Ja, mit Woher noch? 30, 5, nur kurz! So Kinder, jetzt hinten wir bis 3! Alle zusammen und 1, 2 und 1, 2 und 3! Ja, was? Ja, was? Ja, was? Haha! Hier! Ja! Danke schön für die Masse! Danke! 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 Danke!